Mein Sinn, sondern eine Folge von Attack on Titan. Wir schlachten uns durch die Mission. Ich habe gerade gesehen, dass es hier irgendwie neue Schwerter gibt. Der Aufklärungsrupp scheint sich gut zu schlagen. Ach ich, abgesehen von meinen Inspektionen wache ich über diesen Ort. Derzeit habe ich nicht auf Gelegenheit eine Waffe zu benutzen. Als Oberbefehlshauer muss ich die Lage im Blick halten. Wie kann ich dir helfen? Ähm, es gibt die Schutz, ne die Schutzruhm Messer, was ist Schutzruhm Messer? Jetzt als Blitz Messer. Die sind trotzdem schlechter als die, die ich habe. Schnellgeschwindigkeit ist besser. Bleiben wir bei den üblichen erstmal. Ich komme mir nicht zur Person, nicht zur Person, und nicht zur Person. Okay, ich würde nicht hören, falls irgendwas passiert. Ja, ja. So, jetzt gucken wir hier noch wegen der Mission. Mikasa. Ohne mich an seiner Seite würde er nicht länger überleben. Ich muss ihn für alle Hindernisse wegräumen. Doch allein kann ich nicht ausrichten. Bla, bla, bla. Bezwingend zählen die Zeiten. Diese Nebenmissionen. So, random. Im Innenbereich... Will ich nicht. Ich will hier erstmal... Wolltet mal. Jetzt gehen wir zum südlichen Außenposten von Marowose. Wir haben Befehle, dort zu warten. Ich kann jederzeit ausrücken. Leute, ich glaube, das wird auch eine neue Folge. Es kann sein, dass du einen weichen Wort musst. Habt Geduld. Christa Wentz. Ich mag sie. Ich weiß nicht, dass es wirklich so dieses... Ha, Göttin-like und so und ha ha. Naja. Der Epilogue. Ein fremder Besucher. Äh, ein fremder Besucher. Takkki. Ich weiß nicht, was ihr Sein geschaut hat. Woll-Rose-Nightchie, die in den Woll-Rose-Nightchie kamen. Was? Wenn das wirklich ist, dann wird es ein壁 verletzt. Es ist nur uns... Die Stohez-Nightchie sind nicht zurückgegangen. Erstens, wir müssen uns die Situation anschauen. Und noch einmal. Es gibt eine falsche Angelegenheit. Wenn man ein Schmerz-Nightchie hat, dann muss man es schnell verletzen. Okay. nein nicht christoph verdammt sind sie stark es ist doch bei uns eine hilfe warum sind die jetzt gerade alle so stark gott er hätte mich fast erwischt gehabt steh auf schau 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 nein gott gott ich hab grad selber dass die tiere stark sind der fack schlechte neidkeiten einwohner sind gestorben kristal halte durch kristal halte klar Gott! Versorgung Hups, ich will den Fert nicht angreifen Ich kann mich ja nicht um die kleinen Fische kümmern Ich habe mich gerade voll konzentrieren Shit! Ich hab nicht mehr viele davon Fuck. Okay. Oh Gott. Christa, du kannst dich ja teleportieren. Nicht dich. Ich muss dich schnell hin und springen. Ich will dich nicht. Christa wurde besiegt, was? Weitere Richtung. Komm. Sacha retten wir jetzt aber. Warum sind sie so unmenschlich stark geworden? Um. Ja. 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 Das war's für heute. Der Schaue wurde besiegt. Was ist mich grad eigentlich? The fuck? Guck mal, neil, Leute. Guck mal, neil, Leute. Guck mal, neil, Leute. Willkommen denn da bitteschön noch? Danke Gatse so gut wie einer Gatse Diese Mission Ach Gott Gatse 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 So, ich bin hier gerade so dieses, ich will nicht sterben, lasst mich bitte alle anderen bloß nicht sterben. Ich habe mich nur geholfen. Ich habe mich nur geholfen. Ich habe mich nur geholfen. Du hast einen Schaft? Hä? Bigfoot? Wird sie mich gerade verarschen? Vielen Dank für die Zwischensequenz Der Abnormale Ach das da ganz hinten Nein 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 Leute Jetzt lasst mich doch mal Wo ist mein Pferd wenn man es mal braucht Komm her Ich finde du russierst erstmal aus Gut Ja gut Was machen wir denn jetzt? Was sind Typen da hinten irgendwie Fertsch machen? Den großen Ah wie ohne Hilfsmittel Da der Körper dieses Titel mit Fell bedeckt ist verursacht Angriff nur wenig Schaden Finde eine Brandbombe bevor du ihn angreifst Zunächst dein Fell zuvor branden Okay Okay Dann weg Ich habe gerade was gesehen Was? Was? Wird die Titant hier zurück? Hä? Okay Okay Ich frage nicht Wenn man etwas nicht weiß, muss man es eben lernen War das gerade einfach so eine Verarschungsmission von wegen Bigfoot? Hä? Zumindest schon wieder eine neue Mission Wisst ihr was, bevor irgendwas hier passiert Ich beende jetzt erstmal die Folge Und gucken uns dann die ganzen anderen Dinge an Bis zum nächsten Mal Ciao